Herzlich Willkommen zum Slupcast die Fernleihe. Wie bestelle ich Bücher aus anderen Bibliotheken? Über die Fernleihe können Sie Mädchen wie Bücher oder Aufsätze als Kopie bestellen, die nicht in der Slup Dresden oder an einer anderen öffentlich zugänglichen Bibliothek in Dresden vorhanden sind. Sollten Sie also mal keinen Erfolg bei der Suche im Slupkatalog haben, so gelangen Sie über diesen Link direkt ins Fernleihportal. Alternativ gelangen Sie auch über unsere Startseite, den Reiter Besuchen über Ausleihen und Lieferservice-Fernleihe zur gewünschten Seite. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zur Fernleihe, die Kontaktinformationen zu den Mitarbeitern der Fernleihe, sowie den Link zum Rechercheportal, aus dem heraus dann auch die Bestellungen getätigt werden. Über den Link gelangen Sie zur Startseite des Rechercheportals. Diese sieht so aus. An dieser Stelle muss die Bibliothek ausgewählt sein, an die die gewünschten Titel gesendet werden sollen, also in unserem Fall die Slup Dresden. Wenn dies nicht der Fall ist, kann die Slup über Bibliothek wechseln aufgerufen werden. Achtung! Auch wenn Sie auf der Homepage der Slup bereits eingeloggt sind, müssen Sie sich im Rechercheportal noch einmal mit Ihren Slup-Zugangsdaten einloggen. Bevor Sie nun mit der Recherche beginnen, sollten Sie wissen, das Rechercheportal ist ein Katalog und bildet vorhandene Bestände ab. Nicht alles, was hier angezeigt wird, ist auch wirklich über die Fernleihe bestellbar. Es liegt immer im Ermessen der besitzenden Bibliothek, ob ein Medium in die Fernleihe gegeben wird oder nicht. Es werden hier auch Bestandsnachweise von Bibliotheken angezeigt, die nicht am Leihverkehr teilnehmen. Nun können Sie mit der Recherche beginnen. Zuerst sollte im Rechercheportal immer nach dem gewünschten Titel gesucht werden. Wenn vorhanden, sucht man Bücher am besten mit der ISBN. Das grenzt die Treffermenge auf dem gesuchten Titel ein. Wenn die Suche keine Treffer erzielt, kann das freie Formular genutzt werden. Das kommt allerdings eher selten vor. Bitte nutzen Sie das freie Formular nur in diesem Fall. Nun ein Beispiel, wie eine Bestellung im Idealfall ablaufen könnte. Als Suchbegriff wurde hier die ISBN gewählt. Sie können natürlich auch Autor und oder Titel oder Titelstichworte eingeben. In der durch die Suche erschienenen Trefferliste sehen Sie die verschiedenen Mädchentypen, die mit entsprechenden Symbolen gekennzeichnet sind. Wir konzentrieren uns in diesem Fall auf das Symbol für Monographien, das heißt für Bücher. Zu den restlichen Symbolen später mehr. Der erste Treffer der Liste ist der gesuchte und wird durch Anklicken ausgewählt. Durch einen nächsten Klick auf den Reiter Bibliotheken können Sie sich schon einen vorsichtigen Überblick über die Verfügbarkeit des Titels verschaffen. Vorsichtig deshalb, weil die Angaben zur Fernleihe an dieser Stelle nicht immer zutreffend sind. Zurück auf dem Reiter Fernleihe kann die Fernleihebestellung ausgelöst werden. Spätestens an dieser Stelle müssen Sie sich im Rechercheportal einloggen. Nach erfolgreicher Anmeldung erscheint der Button Per Fernleihe bestellen. Mit einem Klick darauf erscheint das eigentliche Bestellformular. Die Daten zum Titel werden in das Formular übernommen. Bei Büchern ist als Bestellform Laie voreingestellt. Sie können dort aber auch auf Kopie bestellen wechseln, wenn Sie zum Beispiel nur einige Seiten als Kopie aus dem Titel bestellen wollen. Nun müssen Sie nur noch die Abholzweigstelle auswählen, die Erklärung zum privaten Gebrauch anhaken und Sie können die Bestellung abschicken. Und hier noch ein paar Tipps für Sie. Wenn Sie mehrere Treffer für einen gesuchten Titel erzielt haben, ist es am besten Sie wählen, falls vorhanden, primär den Treffer im SWB-Verbund aus. Dort wird nämlich der Bestand der Slug Dresden und anderer Dresdner Bibliotheken angezeigt. Somit können Sie unnötige Fernleihebestellungen vermeiden, die dann nur wieder storniert werden. Wie bereits erwähnt, sind verschiedene Mädchentypen mit entsprechenden Symbolen gekennzeichnet. Das Symbol für die Druckausgabe von Monographien kennen Sie bereits. Auf dieses Symbol sollten Sie vor allem bei den üblichen Bestellungen von Büchern achten. E-Books sind nicht über die Fernleihe bestellbar. Hierzu muss man sich die entsprechende Druckausgabe suchen. Auf die Symbole Druckausgabe Zeitschrift, elektronische Zeitschrift und Aufsatz gehen wir in einem anderen Slopcast näher ein. Und zu guter Letzt lassen Sie sich nicht vom unbekannten Format verwirren. Dieses steht für verschiedene Medienarten. Es kann sich hierbei um einen Sonderdruck aus einer Zeitschrift oder auch um eine elektronische Ressource handeln. Nun sind wir auch schon am Ende angekommen. Vielen Dank für Ihr Interesse und dass Sie sich das Tutorial angeschaut haben. Wir hoffen, wir konnten Ihnen damit weiterhelfen und würden uns über Ihr Feedback freuen. Vielen Dank! Vielen Dank! Bis zum nächsten Mal.